Dusche, guck mal, um euch das nochmal offiziell zu sagen, wir müssen leider die Bereit-zu-Sterben-Tour, Konzert-Tour 2022, müssen wir leider absagen. Aber es gibt ein kleines Trostklaster, ein kleines Trostklaster. Erstens, die Leute, die die Tickets haben, kriegen das natürlich zurückgestartet, das ist natürlich klar. Und wir werden aber dennoch auf große Club-Tour gehen, also wir werden sehr viele Club-Shows spielen, noch bis Ende des Jahres. Und wir planen jetzt für nächstes Jahr ein etwas größeres Event, damit wir noch mit zwei, drei anderen auf Tour zusammen gehen. Und wenn wir da genau auf Tour gehen, kann ich euch noch nicht sagen. Auf jeden Fall wird es auf jeden Fall ein etwas größeres Ding, als das, was wir bisher gespielt haben. Und ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht. Wir werden uns dennoch dieses Jahr noch treffen, in allen Städten, wo ihr seid. Und ich hoffe, das ist ein kleines Trostklaster. Plus, ich habe morgen Abend um 8 Uhr, stellen wir euch den neuen König im Schatten vor. Also haltet die Augen auf auf meinem Instagram. Der neue König im Schatten ist wild. Heute stellen wir euch den vor. Ne, morgen, Entschuldigung, morgen. Morgen Abend um 8 Uhr. Wir stellen wir euch den vor. Also bis dahin wünsche ich euch Tschüss und pass auf euch auf.